Willkommen zu beiden Let's Play The Walking Dead die Sode 2 und dann sehen wir schon die Kinderschaukel Kinderschaukeln Schubst sein Kleinen Jung an und warte mal Römer K. No, ging nur gleich aus Gut, Talk to Kenny Was ist denn? Ach, er muss ausrumm Hey Hey Lee, found anything interesting? I was talking to Andy a bit earlier Doesn't sound like they have too many guns around They rely mostly on the fence to keep them safe So long as you're on this side, things are alright Provided the fence holds out Well that's the problem When there's no more gas, there's no more fence That's true Well it's good to know what we're working with here Keep looking around And let me know if you find anything else Aber, ich glaub, die Leute, denen können wir vertrauen Die haben uns jetzt auch schon ein paar mal geholfen, ne? Und How are you holding up? I hope they feed us, Lee Soon On the way over here I was getting dizzy Hands shaking Cold sweats I thought I was gonna pass out They've got food here Yeah But I'm not just talking about one meal You know I guess Lily isn't too thrilled about being here I could give two shits about what Lily wants Duck and Katja need food And I'm not about to sit around that motor inn And watch him go hungry You're with me on this, right? Yeah, of course Lily's judgment is clouded But you got a pretty clear head about these things Did Duck and Katja get here okay? Now it wasn't easy Duck didn't look so good on the walk over to this place Well if everything works out Maybe he and Katja can have an easier life here I hope you're right Duck and Clementine deserve a better life than starving to death at some crappy motel I'm gonna go have a look around Don't wait too long to help scope out that bandit camp It'd be a good opportunity to find out a bit more about the St. Johns and their relationship with those bandits or whatever Right I'll see what I can find out Ja, aber wir werden erstmal uns umgucken weiter, ne? Bevor wir da reingehen, ich würde ganz gerne, ich würde da reingehen Ich würde da reingehen Ich will nicht wieder rein, ich würde da reingehen Und sie gucken so So, gehen wir mal mit Clementine So, Duck, warte Pff, schöner Dropkick erstmal Hey, Clem, kannst du dich auf den Swing? Yeah, es ist Spaß Be sicher, dass du dir sagst, danke dir, okay? Ich will, will du mich auf den Swing? Sure, glücklich, dich auf den Swing Gernst, wenn Clementine eine Turnstelle? Ja, und jetzt ist die Clementine auch mal dran, jetzt schützen wir die hier ein wenig an How are you holding up, Clementine? I'm okay, I guess Are you okay? Yeah I'm just a little worried about Mark Is Mark going to be okay? Yeah, lucky out there It'll have been a lot worse Are you going to find the people who hurt Mark? Well, we have to make sure they don't hurt anyone else Be careful I want you to stay lucky too Ever since I met you, I've had good luck, so don't worry Okay What do you think of the dairy? It's pretty It reminds me of how things used to look before Yeah, it does Do you think things will ever get back to how they were? Yeah Not sure where One day Things have got to get back to normal That's good Ich hoffe auch Ich hoffe auch Ich hoffe auch Ich hoffe auch schon mal Auch ja Guck mal hier ein bisschen Bum Also Generator So, kommen wir mal den Generator Was gibt denn mit den Generator so? Ja, den gibt es ein Fenster Ja, das ist schön Wollen wir noch was machen? Den haben wir schon angeguckt Wenn wir sagen, das sind Es gibt so zu gucken Das sind die Das sind die Das sind die Das sind die Den will ich nicht reden gerade Noch nicht Wir haben ihn auch noch mit denen keine Sorge In smashed Mhhm… da Da Äh, ja, so Er hat fast gehakelt Na, guck, sie hatten Hey nur für die zwei punkte sehr guter verwendet wird immer die scheine das ist mehr ist so viel was geht hier im schiff ja das würde ich sagen wenn wir die europäische an einstieg noch mal es ist das können wir den vierten machen das schon da haben wir schon ein bisschen abfahrung haben wir aber ich würde damals auch gemacht Ja, bis wir den Herschel verlassen haben. Alles klar. So. Ja, Larry. Mensch, sie ist immer ein bisschen glücklicher, oder sonst? Das ist immer ein Traum. Ah, na klar. Ja, das ist nicht so schlecht. Das wird gut. Ich habe gesehen, die Leute zu überwinden. Wie können Sie uns alle zu diesem Ort bringen? Wie fühlst du dich, um den Motor Inn zu verlassen? Es ist ein willkommenes Veränderung. Ich weiß nicht, wenn wir nur wo wir waren, dann Mark nicht hätte, mit einem Arschel in seinen Schultern. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, dass ihr und Kenny sind sehr wichtig, dass wir das zusammengekommen sind. Ja, gut. Wenn ich nicht mehr so bleiben, dann wird es ein Grupp, um zusammengekommen zu sein. Oh, 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 ne. Larry will nicht mit uns sprechen, ich verstehe, ich will auch nicht mit uns sprechen. Äh, so. Warte, ne, kann nur unter? Das sagt, kann komisch aus, keine Ahnung. Äh, gut. Dann gehen wir mal jetzt hier raus, sondern würde ich sagen... Ah, man sieht hier noch um, ich gucke. Ne, dann gehen wir jetzt mal zu den Kollegen da vorne, also nicht zu denen, sondern zu den, oder, 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 oder was, sondern gehen wir mal zu den Kollegen da oben. Äh, gut. Wer sind diese Leute in den Wald? Wir wissen nicht. Ich denke, einige von ihnen arbeiten bei der Big Box. Sie sind sehr gut. Ja, aber sie sind schrecklich und sie sind schrecklich. Also sind Sie bereit zu gehen und finden ihre Campen? Wir gehen in ein paar Minuten. Ich muss nur ein paar Sachen schauen bevor wir gehen. Herr, das ist verstehe. Ich spreche mit deinem Grupp. Komm uns zu finden, wenn du bereit bist. Ich mache das. Nein, nein, nicht rausgegeben, die du nicht voll ins Haus reihen. Kann man nicht ins Haus reihen? Nein, den gehen wir halt. Dann machen wir das doch. Da konnte ich schon gerade Haus angucken. Boah, ne, egal. Hey, Leigh, change your mind about going out to track down Bandits? Ich würde sagen... Ja, it will be a good opportunity to find out a bit more about what we are against. Let's do it. I'll stay here and hold down the fort. Remember, we're just doing reconnaissance for now. Ja, we're not going to kill ourselves. Ja, genau. Nimm eine Kanone mit. Wieso schon würde es nur nicht sein? Ja, ich werde bald wieder zurück. Please be lucky. Ich werde. Oh, wir haben ja gar nicht ihren Hut gefunden. Oh. Vielleicht finden wir noch einen neuen. Irgendwann. Naja. Gut. Ich habe eine Konservendose. Und da haben wir das Camp gefunden. Muss natürlich trotzdem vorsichtig sein. Wahrscheinlich kann er hier zu sein. Aber man weiß ja nie. Okay. Dann würde ich sagen... Gibt es jetzt... Der ist mir hinterm Auge. Gucken wir mal. Sehen wir denn jemanden? Kann ich nicht sagen. Ich kann es nicht sagen. Ja, und er geht stolz rein. Ja, dann... Nimm du mal das Zelt. Ach, wir sollen ihnen dabei noch helfen. Ne? Ich dachte, das machst du alleine. Hast du eine Kanone? Naja. Helfen wir jemandem. Das kann natürlich sein, dass die hier einiges von euch gestohlen haben. Diese Flaschen. So. Da haben wir nix. Da hast keiner. Na, schade. Oh. Haben wir mal hier. Okay. Jetzt sah was. Save Lots Box. Haben wir da was tolles drinne? Haben wir da was tolles drinne? Da haben wir auch noch eine. Ah. Ja. Ja, dann guck doch rein. Nimm nur mit. Naja. Hm. So. Dann gehen wir mal zum Zelt vielleicht. Erstmal hier. Gucken wir mal zu diesem Tochtop. Ist da denn noch was schönes drinne? Oh. Nur Wasser. Das ist natürlich schade. Wäre natürlich gut gewesen, wenn er irgendwas essbares in den Medien wäre. Crate. Was ist das denn? Crate. Quatsch. Der Name ist ja auch schon. Nichts. Eine Box wahrscheinlich. Noch eine Box. Empty. Auch leer. Ist das ein MP3 Player? Scheint so, ne? Oder so ein Tonbandgerät. Ach, ne Kamera. Das soll meiner wissen. Was findest du? Eine Videokamera. Let me see that. Batterie is dead though. Oh, good. What else they got over here? Let's see if we can find anything useful and then get a move on. Denken wir mal ein. Man kann ja nie wissen. Na ja, geht, ne? Das... Na ja. Das ist aber da. Ein... Cool. So, was gibt's denn hier? Die hier im Zelt schön ist. Nicht? Hatten die irgendwann Geräusche gerade gehört oder warum? Okay. Was gibt's denn hier? Ein Foto. Scheint von der Familie, die hier gewesen ist. Ah. Vermutlich tot. Weil... Da ist Blut auf den Teddybären. Was ist das denn? Aha. Guck mal an. Wer hat denn da die Mütze von Clementine geklaut? Ja. 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 Oh mein Gott, und er hat sie erschossen. Ich wollte sie eigentlich leben lassen. Sie überreden. Aber irgendwas müssen sie noch geheim halten, wenn sie weiß, dass sie wusste, was sie geheimhalten. Das ist ein Schuss, doch. Right through the forehead. Das ist gut, dass da. Das ist gut, dass da. Und trotzdem, was für ein Verbrauch. Also, das ist es. Wir gehen zurück? Wenn sie nicht hier sind, ich weiß nicht, wo sie sind. Und es ist nicht eine gute Idee, zu gehen durch die Hände zu suchen. So, ja. Wir gehen zurück. Once sie sehen das, sie bekommen die Message. Oh mein Gott. Krass, ich hätte sie nicht erschossen. Ich hätte sie leben lassen. Naja. Wir können es nicht ändern. Nun ist es vorbei. Oh mein Gott. Wir sind wieder zurück. Jetzt hier bei der Farm. wo ordentlich es allen noch gut geht. für alle, dann. Warum nicht du? Oh, calm down, Prinzessin. Ich werde es selbst machen. Was ist mit ihnen passiert? Ich weiß nicht. Es sieht aus, wie es. Es ist ein bisschen mit euch. Ja, du kannst das sagen. Sie sehen nicht genau wie wir tun, wie wir tun müssen. Well, es ist wahrscheinlich nur die Hunger sprechen. Ja. Das wissen wir alle. Sie hat schon... öfters versucht. Jemand anderes Leben zu retten. Und wenn sie in diesem Fall auch nur... eine Kuh ist. Aber na gut. Wir haben die Mütze von Clementine wieder. Was natürlich auch sehr gut ist. Und ich würde sagen, hier machen wir jetzt einen kleinen Schnitt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Danke fürs Einschalten. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. hier sind die Mütze.